Im Flugzeug, kurz vor unserem Sprung, traf ich den Entschluss, meine Ängste zu verdrängen und die Verantwortung für diese Männer zu übernehmen. Ironie des Schicksals. Zwischen mir und meinen Männern steht nur noch die Hölle. Und selbst die wird mich nicht aufhalten können. Ich habe gehört, dass einige unserer Jungs hier runtergekommen sein sollen. Zu unserer Begrüßung haben die Krauts alles überflutet. Wird bestimmt kein Kinderspiel, sie hier zu finden. Wenn wir sie nicht finden, finden die uns. Ist das Red? Hier sind überall Krauts. Ich glaube, ich habe da hinten welche mit Mörsern entdeckt. Mann, das tut vielleicht gut, euch zu sehen. Hab den ganzen verdammten Morgen im Dreck gelegen und einen erwischt. Der war dabei, seinen ersten Kaffee zu trinken. Es tut wirklich gut, euch zu sehen. Die Landung findet um 06.30 Uhr statt. Es bleibt keine Zeit zu verlieren. Baker, schnapp dir Harzock und sichere die Hauptstraße. Ich versuche, noch ein paar Männer aufzugabeln. Wir treffen uns am Strand. Da schließen wir uns der ID an. Viel Glück. Red, rüber zu die Nacht da drüben! Geht klar! Verstanden! Die Deutschen! Belegt sie mit Sperrfeuer! Feuer! Angriff! Wir müssen über die Flanken an sie heran! Roger! Gruppe! Aufrücken! Geht klar! Los! Jawohl! Verstanden! Deutsche! Bewegung! Darüber! Im Laufschritt! Die sitzen jetzt fest. Feuer frei! Los geht's! Halten den Seinkontabschluss! Die Arme fahren uns in die Flanke! Ich bin hier! Zurück! Kopf runterhalten und los! Roger! Ich sehe verdammt gut! Macht keinen Sinn, sich zu verstecken! Alle zu mir! Geht klar! Los, Bewegung! Los! Verstanden! Schnell, darüber! Roger! Los, schnell! Geht klar! Verdammt, deutsche! Die schlafen uns ab! Alle aufrücken! Los, in die Richtung! Verstanden! Verstanden! Auf geht's! Roger! Weiter, Sarsch! Weiterfeuern! Bleibt bei mir! Geht klar! Mehr von ihnen sehe ich nicht! Spart eure Munition! Wartet, bis ihr das Grinsen auf ihren Gesicht anseht! Zu der Deckung, da! Die Deutschen! Feind, ausgeschaltet! Gebt mir Deckung! Feuerschutz! Los, los, los! Verstanden! Belegt sie mit Sperrfeuer! Feuerschutz! Schieß weiter! Wir müssen weiter schießen! Die Kampferner ist erledigt! War das der letzte von denen? Kommt hierher! Roger! Na los, Bewegung! Da in Deckung gehen! Geht klar! Bleibt bei mir! Verstanden! Hatte gar nicht mehr mit euch gerechnet! Wir haben auf Deutsche geschossen, die vom Strand kamen! Alan hat einen erwischt, als der gerade einen abseilen wollte! Ach was! Der hat nach seiner Waffe gegriffen! Wir haben dann noch was! Die ehemaligen Besitzer haben tapfer gekämpft, bis sie eine Granate erwischt hat! Ist ne Browning! Vorsicht, da ist noch Blut am Abzug! Roger! Geht klar! Sammeln! Da drüben! In Stellung gehen! Vorsicht! Schnell! Überrecken sie! Warum ist das noch mehr? Gebt sie einen Angriff! Angriff! Wir werden alle... Ringt weiter! Bleibt sich stehen! Beeilung! Darüber! Geht klar! Die sitzen fest! Ich bin getroppt! Runter, Sarge! Die ist erledigt! Gruppe! Sammeln! Ich bin! Augenmeln! Geht klar! Schnell! Nun, ich bin Christoph! Schnell! Ich bin Christoph! Du hast es aufgerufen! Ich bin Christoph! Baker, bin froh, dass du okay bist. Sieht aus, als hätte die vierte ID alles unter Kontrolle. Sobald der Nachschub am Strand ist, werden wir versorgt. Und dann rücken wir wieder ab. Ich muss mit dem Hauptquartier sprechen und rausfinden, wo der Rest von uns ist. Ruh dich ein bisschen aus. Wir haben einen langen Tag vor uns. Ich verstehe die großen Herzen der Helden, den Mut von heute und je. Das ist aus einem Gedicht, das mir Vater früher vorgelesen hat. Faszinierend, dass etwas so Schönes Teil von etwas so Schrecklichem sein kann. Das ist aus einem Gedicht, das ist ein Gedicht, das ist ein Gedicht.